Warten Sie mal bitte! Wieso gibt's irgendwas zu besprechen? Was ganz wichtig ist. Das himmlische Glück. Die beiden Drecksäcke, die mich verarscht haben. Bekommt es mit einer teuflischen Bedrohung zu tun. Heute ist ein guter Tag, alte Schulden anzutreiben. Hältst du viel verabrissen? Ich muss sofort los! Was machen Sie denn hier? Das ist der polizeilicher Einsatz! Ich lass Sie hier nicht alleine! Bis zum nächsten Mal!